So, herzlich willkommen. Wir möchten euch im Sein-Unternehmer-Netzwerk etwas ganz, ganz Besonderes anbieten. Und zwar das, wonach sich so viele im Moment sehnen, weil doch von außen sehr, sehr viel auf uns einströmt. Und es geht um das Thema Lebensfreude sowie Gelassenheit. Und für Gelassenheit steht ja auch der liebe René, der Gründer des Sein-Unternehmer-Netzwerks. Und wir stehen zusätzlich noch für Lebensfreude. Wir möchten euch gerne Lebensfreude wieder erreichen. Hubert, wie wollen wir das dann anstellen? Ja, hallo erst mal zusammen. Ja, die Freude kommt, wenn man die Freude einlädt, Christian. Und das wollen wir durch die Videos, durch die ganzen auch Meetings sogar. Wir werden ja dann mit den Menschen, die eben mitmachen, uns ja immer wieder connecten, um diese Freude ins Leben einzuladen, immer wieder für die Freude zu begeistern und immer wieder dahin die Nervensysteme, ob bewusst und unbewusst, auch zu stimulieren. Weil gerade in der jetzigen Zeit ist uns als Coaches aufgefallen, dass immer mehr Menschen immer wieder die Abneigung oder die sich abneigen, eher mit Abneigung zu tun haben, als sich selbst zugeneigt zu sein und den Freude weiterhin auf die eigenen Werte zu schauen, auf das eigene richtig zu schauen und sich halt nicht nur den Fehler zu machen, nicht nur auf das Äußere zu konzentrieren, sondern eben auch auf die eigene Gefühlswelt, auf die eigene Gedankenwelt. Weil die formen ja mit die Realität. Und deswegen ist das ein umfangreicher Kurs, wo du dann viel mehr auch die Mechanismen nochmal des Geistes erklärt bekommst. Inwiefern dein Körper Einfluss auf den Geist hat, dein Geist auf den Körper und wie schnell du dann eben auch in gewissen Situationen auch Widerstände mal wieder ausleiten kannst, um immer wieder auch Freude zu empfangen. Also es wird gigantisch, lieber Christian. Das denke ich auch. Es wird gigantisch. Wie wird das ablaufen? Ihr kriegt jeden Montagmorgen ein Video zugesendet, per Mail über den Newsletter verteilt. Und dieses Video wird circa fünf bis maximal zehn Minuten dauern. Die Zeit solltet ihr euch wirklich für den Start der Woche nehmen. Das wird euch ins Positive stellen, auch schon auf die Lebensfreude immer wieder einschwingen und einstimmen sowie Gelassenheit erzeugen. Das ist unser Hauptziel. Und nach drei Videos, also nach drei Montagen wird am vierten Montag, wenn wir dann ein Präsenz-Seminar machen oder ein Webinar machen für euch, wo ihr dann mit uns gemeinsam mit mir und Hubert denn noch mehr erfahrt zum Thema Lebensfreude. Es wird circa 30 Minuten dauern. Die Uhrzeit, genau Uhrzeit wird vermutlich 19 Uhr sein, 19 Uhr bis 19.30 Uhr. Merkt euch das schon mal vor. Also wir starten am kommenden Montag und werden dann halt drei Videos folgen. Also der nächste Montag, der Montag und dann am vierten Montag kommt dann das Meeting. Alles Weitere erfahrt ihr denn über die Newsletter auch. Und wir dürfen euch wärmstens empfehlen. Nehmt bitte daran teil. Der Zeitaufwand ist minimal, aber der Nutzen, Hubert, der wird doch für die gesamte Community, die daran teilnimmt, doch echt grandios werden. Siehst du das auch so? Ja, ich hatte gerade hier einen Computer hängen, ja? Habe ich gerade gemerkt. Wir sind auch live. So kann das auch passieren, aber es war halt ein, jetzt müsstest du die Frage nochmal stellen. Genau. Also das ist es ja auch im Leben, ne? Merkt ihr, wie gelassen wir damit umgehen? Jetzt hat der Computer gehangen, ich habe eine Frage gestellt, Hubert hat gar nicht kurz reagieren können. Ja, na und? Jetzt stelle ich die Frage einfach nochmal. Hubert, ich wollte fragen halt, ne? Die Teilnahme ist doch für die Menschen halt vom Zeitaufwand ja echt wirklich überschaubar. Aber der Nutzen und der Effekt, den wir damit erzielen werden, der ist doch grandios. Absolut. Wir haben es extra bewusst kurz gehalten, nur eben, dass es in dir weiterarbeitet, ne? Also man braucht auch, ne? Die Leute denken ja manchmal, oh, jetzt muss ich da jeden Tag, den ganzen Tag damit verbringen, ne? Es ist ein minimaler Zeitaufwand, nur du trägst das, was du von uns da mitgeteilt bekommst, das wirst du merken, es geht ja auch ins Unbewusste und du hast immer natürlich auch ein paar bewusste Anregungen, die du dann locker halt in den Alltag mit reintransportieren kannst. Es soll dich beschwingen, es soll dir Leichtigkeit ins Leben bringen, nur weiterhin auch dein richtig umklammern und dein richtig laut werden lassen, aber in Freude. Das ist ein großer Unterschied. Die Freude, lass die Freude wieder in dir laut werden. Genau. Und wir machen das mit 18 Videos, ja? Und mindestens vier Präsenzseminaren. Also insofern, ja? Ihr müsst euch, das geht ein halbes Jahr, wenn ihr das mal hochrechnet, ja? Wenn ihr das durchhaltet, ein halbes Jahr, Weg der kleinen Schritte, nach Christian Bischof, schönen Gruß, wenn er das sieht. Ja, Weg der kleinen Schritte, das ist super. Es wird immer wieder was mit euch machen. Bleibt dran, nutzt diese tolle Gelegenheit, die wir euch hier bieten. Wir machen es vom ganzen Herzen und vielen, vielen Dank für eure Teilnahme jetzt schon vorab und wir freuen uns auch unheimlich drauf, euch denn mal persönlich kennenzulernen, wenn ihr denn auch bei den Meetings dabei seid. Also, alles Gute, euer Christian und Ubert. Alles Gute. Ciao.